Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbanden hier in Coden Exiles. Ja, ähm, ich hab hier schon mal ein bisschen vorgefahren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr bei wem. Hier haben wir schon mal ein bisschen Elefantenhaut. Und hier haben wir dicke Haut und unser Nasi-Boom-Bang hat auch noch Sachen. Ach Mist, ich vergesse es jedes Mal. Hier muss ich erstmal wieder bewachen. Nasi bleibt hier. Ähm, ich wollte nur ins Inventar gucken. Hier haben wir einen Elefantenkalb und Nashornhaut gesammelt. So, genau. Ähm, für die neue Rüstung, die wir freigeschaltet haben, brauche ich das ganze Zeug. Und jetzt müssen wir nochmal los. Äh, ihr standet auch Folgen, Jungs, oder? Ja. Gut, dann kommt Bestien, Schreck und Janus. Wir haben Elefanten zu töten. Was ist denn los mit denen? Na ja, da muss ich halt alleine kämpfen. Au. Oh, der Elefant will mich auch. Scheiße. Jetzt kommt auch noch alles gleichzeitig hier. So. Ey. Wieso hat er mich denn jetzt erwischt hier, Fettbecki? Die beiden können ruhig fliegen, ne? Äh, aua. Der erwischt mich jedes Mal, der Sack, ey. So, komm. So. Mal trinken. Du alter Bulle, wo rennt sie hin? So, wir brauchen noch ein paar, ne? Oh shit, renn. Keine Lust, mich hier von denen durch die Gegend jagen zu lassen. Au. Hat er mir auf den dicken Zeh getreten, der Sack. Gibt's doch gar nicht, ey. Ja, wie gesagt. Das ist heute ein Ziel. Dann geht's zurück nach Hause. Oh, jetzt lauf. Und wieso stehst du da eigentlich alleine rum? Und lässt den anderen da kämpfen? Sag mal, geht's dir noch gut? Und da fliegt er wieder. Ne. Hat ihn nicht weggehauen. Hoffentlich hält unsere Waffe noch lange genug. Weil ich brauche zum Reparieren gehärteten Stahl. Und den habe ich natürlich nicht mit. Ach, was mit diesen Scheiß-Dings immer ist, ne? Alter, jetzt komm doch mal hier hin. Greif doch mal an hier. Au. Steh da nicht so doof rum. Ach was. Du stehst auf mich bewachen, du Nase. Lange darf er nicht mehr machen, ne? So. Letzter Schlag. Wo ist er hin? Wo ist er? Ey, jetzt sag nicht, er ist da irgendwie in die Wand geglitscht. Das gibt's doch jetzt nicht. Nein. Ey. Dafür die ganze Arbeit. Dass er jetzt irgendwo weg ist. What the heck? Was soll denn das? Das ist für ein Scheiß. Du bist der fetter Kind. Der schöne Elefant. Jetzt hab ich den völlig umsonst getötet. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Äh. Nein. Hier. Das gibt's doch jetzt nicht. Ist der da in die Wand rein wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Wo soll er sonst hin sein? Vielleicht ist er ein bisschen nach Nase geflogen. Aber glaub ich nicht. Nee. Hier liegt auch nix rum. Tja. Weg ist die Sau, ne? Das ist auch nicht dein Arsch, ne? Nee. Hör. Ah. Das ist doch Kage. Ja, dann müssen wir uns nochmal durchkämpfen hier. Ist er weg. Ist er einfach weg. So ein Ärger. So, müssen wir mal gucken. Hier hinten müssten auch noch welche sein. Also da hinter den Nashörnern sind auch noch ein paar. Da oben ist aber ein Löwe. Hätte ich gar nicht so weit gemusst. Da oben liegt noch ein Löwe rum. So. Brauchen wir noch ein bisschen Nashornhaut. Ach komm, was soll's. Aber schnapp dir erstmal nur den einen hier. Halt. Wir haben schon einen erreicht. Obwohl die Nashörner sind echt wesentlich schneller zu machen, ne? Habe ich gestern schon gemerkt, ja? Die sind nicht so schwer, aber wenn da noch eine Katze beinkommt und noch ein Nashornhaut. Au. Jagd von meiner die Katze da weg. Also wir sind nur für dicke Haut und Nashornhaut hier. Ja, aber das ist heute mal ein Ziel, ne? Äh, jetzt. Ich Katzenfell wollte ich gar nicht hier. Weil ich schon dabei bin. Da hat ein Wildfleisch direkt wieder weg. Das braucht kein Schwein. So, da hinten sind die nächsten Elefanten. Und wir holen uns mal hier. Da hat Nashorn noch. Zack, kriegen sie was ab. Der ist mit der Katze beschäftigt da. Au. Hat er mich noch erwischt? Schade. Also mir geht's da vorne um die Dickhäuter, ne? So, Nashornhaut. Was habe ich? Habe ich dicke Haut? Dicke Haut trägst du? Ne. Du, ne? Janos hat die dicke Haut. Oh, die haben auch beide kein Fleisch mehr, ey. Voll kacke. Ähm. Hier, du musst mal ein bisschen Fleisch. Musst du ja kriegen. Jetzt muss ich dir mal das geben. Und für dich das andere? Äh. No. Ja, so viel habe ich auch nicht mehr mit. Ja. So. So, ich meine hier von dem guten Fleisch habe ich jetzt genug, ne? Aber da können wir gleich auch noch welche von wegschmeißen. So, komm her. Ja, hau du mal drauf hier. Ja, Angriff. Ah, Pogge. Also zwei Elefanten wird schwierig, ne? Hat er mich trotzdem wieder erwischt, ey? Der erwischt jedes Mal hier. Aua. Gibt's doch alle nicht. Ah. Lass den mal ein bisschen von dem anderen Elefanten weglocken. Jetzt wird der Tiger auch noch wach. Komm, ihr kümmert euch irgendwann um den Elefanten. Ich nehme den Tigerino hier. Wo kommt der jetzt eigentlich weg, der scheiß Tiger? Ah, erwischt hat er mich trotzdem. Ja, genau. Wie fies ist das denn bitte? Komm, du stirb jetzt erst mal, genau. So, ey. Ei, 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 ei. Habe ich das ganz vergessen hier? So, komm her. Au. Da dreht er sich einfach um, du. Ja, das ist kein Outlander. Der kommt von hier weg. Der ist hier quasi geboren. Nicht wie ihr. Auch, auch, ah. Mist. Genau das habe ich befürchtet. Ja, komm. Die kannst du umschubsen. Mich nicht. So, lange kann der nicht mehr halten, oder? Ah, doch. Der hat noch ein bisschen. Jetzt bin ich auch auf die Schnauze gefallen. Oh, aua. Ei, 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 ei. Und den schaffen wir jetzt aber noch. So. Haben wir. Und der ist jetzt hoffentlich nicht weggeflätscht. Quatsch. So, ja, Stoßzene will ich ja gar nicht haben, ne? Nur Elefantenhaut. Jetzt schmeiß mal hier von zwei raus, sonst bin ich dann wieder voll. So, Elefantenhaut. Nashornhaut. Elefantenhaut. Du hattest Nashorn. Ne, du hattest dicke Haut. Okay. Und du? Hattest die Elefantenhaut. Haben wir noch nicht genug von, ne? Die sind immer noch am fighten, da. Komm, Ellie. Komm, Ellie. So, greift ihr mal den an, dann kümmere ich mich um die Kätzchen. Aber erst mal, ach Mist, ich hab gedacht, ich geh dem nur aus dem Weg, ey. Kätzchen hat's erledigt. So, ja. Die Axt des Löwen ist ja eigentlich ganz gut, hat aber leider keine Rüstungsdurchtrennung. Und deswegen ist die nicht so wertvoll gerade für mich, ne? Wolltest du mich hier fangen, oder was? Ach, Anna. God damn, ey. Der Sack. Ah, den haben wir auch gleich. Den haben wir auch gleich, Jungs. Bisschen was brauchen wir ja noch, ne? Über 400 Elefantenhaut braucht sich. Das heißt, die Elefanten hier müssen wir auf jeden Fall alle platt machen. Nochmal. Dann dürften wir eigentlich genug haben. Dicke Haut und dann müssen wir erstmal verstärktes Leder bauen. So, kommt, du, ein Schlag noch. Echt jetzt? So, komm her. Haben wir. Ja. So, diesmal hab ich mehr Elefantenhaut, oder? Naja, auch wieder nur 42. Achso, falsche, falsche Kiste hier. Sorry. Ja, ey, voll ätzend. Ja doch, du warst der mit der Elefantenhaut. Genau. Du hast ja gleich noch ein bisschen Platz, Woll. Ja, also dicke Haut haben wir jetzt mehr als genug, aber Elefantenhaut reicht noch nicht, ne? Hier haben wir vorhin auch das Elefantenkalb gekriegt. Ja, ja. Vergaß wieder. Eie, jetzt wird's noch gleich noch dunkel, oder was? Sieht ja fast so aus, ne? So, wenn ich hier gleich wegrolle, jetzt, dann kann ich mal das Licht einschalten. Dann sehen wir auch was beim Kampf. Aber, ey, du Sack. Ich war doch gar nicht in deiner Nähe. Ey, ich wollte hinten ans Hinterteil. Jetzt geht der mir nach die ganze Zeit. Ey, wieso bin ich denn schon wieder nicht am Hinterteil? Sag mal, das gibt's doch nicht hier. Das ist aber eine Steuerung manchmal, du. Ja, jetzt haben wir auch nicht mehr viel Waffen. Heißt, das bisschen, was wir hier jetzt noch mit farben können, müssen wir mit klarkommen, ne? Ich möchte drei von diesen Rüstungen bauen, dass wir mit denen beiden losziehen können. Ja, also, der müsste jetzt gleich mal drauf gehen. Ey, der dreht sich immer genau im falschen Moment um, ne? So, schüppst du die beiden nochmal um. So. Jetzt komm mal fertig hier. Ja, die haben schon echt, ne? Eine hohe Lebensleiste, die Jungs. Scheiße. Ey, raus da. Er muss doch das Licht reparieren. Habe ich noch einen Heil? Nö, ne? Nö. Ach, die beiden Jungs machen das auch schon. So ist es nicht. Ja. Sag mal, repariert der überhaupt, oder was? Ja, ja. Ja, da war tot. So. Ich habe doch hier reparieren gesagt. Muss ich dann warten? Ach, ich habe keine Knochen. Scheiße. Ei, das ist blöd. Da müssen wir uns jetzt hier ein bisschen im Dunkeln drumherum hin tun, ne? Ja. Oh, armes Elefantenbaby. Wieso habe ich denn keine Knochen? Von euch hat auch keiner Knochen, ne? Ne. Ach, Sambox. Hier war aber eigentlich noch ein Elefant. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt nochmal 42. Dicke Haut haben wir mehr als genug. Und du? Sag mal an. Du hast 300. Ah, ich denke, das reicht. Ich denke, das dürfte reichen. So, wo ist ein Nazi? Ja, ich könnte hier noch so ein Kalt machen, aber das will ich jetzt nicht. Ne. Die müssen ja auch nachwachsen, ne? Hm, ja. Ne, ne. Ja. Obwohl, das ist ja blöd, ne? Ah, Palfels, hä? Wo bin ich denn unterwegs? Die Palfels. Wer ist denn Palfels? Ähm, irgendwie bin ich falsch abgebogen. Ähm, und Messer habe ich auch nicht in der Hand. Komm, Kätzchen. So, ich möchte nur die Katze. Ne, das ist auch scheiße so. So, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ach, du Scheiße. Das ist das dicke Nashorn. Eieieieiei, auch noch dabei. Eieieieiei. So, haben wir jetzt zwei Nashörner, ne? Oh, ha. Und noch ein Kätzchen, ja? Komm mal her, du blöde Katze, du dämliche. Du sollst sterben und jetzt hier das Nashorn noch eben schnell, ist auch gleich tot. Das wollte ich eigentlich gar nicht gefangen haben, das Nashorn. Ach, ja, lange hat es nicht mehr, sag. Ja. Okay, dann muss ich mal mit der Spitzaktie abbauen. Ja, hat voll ich gar nicht, das dicke Teil. Naja, egal. So, jetzt wird es auch wieder hell. Wir müssen, wir müssen in welche Richtung eigentlich dahin, oder? Wo steht denn Nasi? Nasi müsste ich hier so stehen, oder? Oder da so. Da sind die Kopfgeldjäger. Mein, dass Nasi da steht. Da runter, ne? Ne, da sind Elefanten. Jetzt bin ich gerade sichtlich verwirrt. Gar nicht, der muss in dieser Richtung irgendwo stehen, ne? Oder? Nein. Wo habe ich denn Nasi geparkt? Doch, da vorne. Ja, klar. Ja. Da ist Nasi doch. Ja, hier, der Elefant ist nachgespawnt. Dann kommt der blöde Tiger gleich auch schon wieder. Das Schauspiel ist ja auch immer das gleiche. Der geht jetzt in die Nähe des Tigers. Ah je. Leute, wollen wir noch eins? Komm, eins machen wir noch. Komm, eins kriegen wir noch. Gib es heiß. Kriegt gleich mal zu trinken. Und der kämpft schon gegen Tiger. Ach, er auch. Ei, 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 ei. Ist das Kätzchen auch weggeflogen, ne? Da ist doch. Blöde Katze, die. Au, au, au. Blöder Elefant rennt mir auch noch über den Haufen hier. Mann, 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 Mann. Ich glaube, unsere Rüstung ist auch gleich durch, oder? Lass mal kurz einmal checken. Oh ja, lange halten du die auch nicht mehr. Na komm, hier. Dafür reicht es noch. Dann wird es auch echt Zeit nach Hause. Verschwert durch, Axt durch. Au, Manu. So. So wie das aussieht, muss ich ja gleich die Axt nehmen, ne? Ho, 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 ho. Viel haben wir nicht mehr, echt nicht. Au. Ey, bis Kilometer weit weg und kriegst trotzdem noch den Zacken vom, vom Stoßzahn ab, ne? Wo bist du? Ich will doch von hinten ran, Jungen. Hey. So, ja, 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 ja. Ey, wo ist er? Da. Voll durchgerannt, ey. So, komm, den kriegen wir jetzt auch da unten. Letzten paar Schläge hier. Oh, hier, Janos, der hat schon wieder gut... Oh, die haben beide Google abgekriegt jetzt langsam. So, jetzt reicht es auch, ey. Guck mal, was die abgekriegt haben. Die Jungs sind nicht gut gesund, ne? Aber die trinken ja gut. So, der, der Elefant war eigentlich nicht geplant. Sagen wir es mal so. So, Nazi, mein Bester. Wir gehen nach Hause. It goes to home. But, so lange habe ich hier jetzt rumgekämpft. Krass. So, guck mal, hier haben wir auch 146 Nashornhaut. Katzenfell wollte ich gar nicht. So, wie viel? Hier, Markus. Guck mal, hier, 483 Elefantenzeugs. Ja, das soll reichen. Jetzt lassen die mich wieder nicht aufsteigen hier. Ich bin eigentlich aufgestiegen, aber er ist nicht aufgestiegen, hä? So. Auf nach Hause. Was ist hier, Nazi? Neust du noch? Neust du noch, ne? So, wir sind hier eh falsch. Wo hätten wir denn lang gemusst? Da ist die Ruine, da geht's lang, ne? Hier mal eben durch das Dorf hier geritten. Genau. Ach, Gott. Hier wollen wir hier nur durch. Au, 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 au. So, wo geht's da rum? Ich glaube, in die Richtung. Ja, da ist die Hand. So, hier die Jungs, die sollten eigentlich. hinterherkommen. Ja, da sind sie ja. Pat, die Hyänen sind immer noch hinterher. Krass. Das ist mit dem nicht richtig. Ups, sorry. So, da ist die Hand. Und dann muss ich noch da lang, ne? Ja. Da rennen die Hyänen echt lange hinterher, ey. Krass. Die sind ja drauf. So, jetzt muss der Nazi auch noch schwimmen. Ne, schwimmen ist blöd. Ist hier das kleine... Ne. Jetzt hängt der hier fest. Ey, gibt's noch nicht. So. Sind doch schon fast zu Hause. Da hinten wird's doch schon Zeit. Sorry. Stanz da halt im Weg. So, das Bohnen, meine Hütte. Es muss mal Leder anschmeißen. Ein schöner Elefantenjagd-Tag. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich hab das Ganze schon zweimal hinter mir, was wir gerade gemacht haben. Könnt ihr euch vorstellen, was ich offscreen alles gemacht hab? Na, der Vogel ist immer noch nicht ruhig. Dann gibt's doch nicht. So. B-Wochen. Zack. Marcos. So, ihr dürft euch erst mal erholen. Ich hol euch gleich auch Fleisch. Ja. Wie lange brauchst du noch? Guck dir das mal an, wie lange der noch brauchen soll. Und in Batu habe ich schon lange nicht mehr geguckt, ne? Das würde ich auch nochmal machen. Guck mal hier, unser Löwe, unser Tiger. Die haben auch nichts zu fressen mehr. Die Armen. Wir haben ein mächtiger Löwe. Wir haben Tiger, eine Hauskatze. Mächtiger Löwe. So, den muss ich nachher mal gucken. Warte mal, war das hier im normalen Menü? Jo. Schwarzer Elite-Löwe. Den will ich wohl freischalten. Dafür brauchen wir ja auch noch ein passendes Sattel. Wir brauchen magisches Begleiterfutter und mächtiger Löwe. Mächtiger Löwe haben wir. Magisches Begleiterfutter müssen wir noch machen. Aber, erstmal müssen wir hier auch ein paar Sachen machen. Hier. So ein bisschen Platz schaffen. So, dann brauche ich für Markus und Janos hier so ein bisschen Fleisch. So, dann haben wir hier, was haben wir denn? Bärenfell, Katzenfell, Elefantenhaut. Wolfsfell haben wir auch. So, hier. Dicke Haut kommt beim Gerber rein. Ist ja mal klar, ne? Dicke Haut. So. Da raus. Ja, dann hol mal die andere dicke Haut noch und mach verstärktes Leder. So, Janos hat eine Binder. Ja. Wahrscheinlich bin ich jetzt überladen. Ja. Ja, geh da mal. Nur 128. Hab ich nichts gegessen. Na, warte mal. Wir können aber nochmal loswerden, Jungs. Du kannst schon mal ein bisschen Fleisch haben. So. Zack. Jo. Hauen sie rein. So. Und du? Kannst auch schon mal Fleisch kriegen, ne? Dein Zeugs kann ich zwar nicht mehr schleppen. Das macht mich denn sonst noch so schwer. Nur das Zeugs. Krass. Ei, 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 ei. Ja. Aber das war noch eine feine Elefantenjagdrunde heute. So, dann machen wir hier. Und dann bringe ich noch die Elefantenhaut hier runter. Aufräumen gehört heute auch dazu. So ist das halt mal, ne? Gehört alles ins Spiel. So. So. So, der macht jetzt hier 1052 verstärktes Leder. Sehr nice. Richtig geil. So, dann geben wir mal die Elefantenhaut und dann gucken, ob ich die Nashornhaut noch tragen kann. Du hast sie nicht. Du hast sie, ne? So, Elefantenhaut. So, Elefantenhaut. Wie viel kann ich? Nein! Ach, jedes Mal. Er ist mal Wache halten. So. Und dann hier. Oh, Elefantenhaut. Das kann ich doch direkt hier reinpacken. Hier müssen wir auch noch mal Rohsfleisch organisieren. Aber der passt genau noch rein, ne? Ja, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss ich diesen Zauberraum aufbauen, damit ich das andere Nashorn noch bauen kann. Dann will ich hier den mächtigen Löwen bauen. Den lächtigen Möwen. Ach, ich werde das jetzt hier kommen. Wow, 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 wow. So, die Elefantenhaut kann hier rein. Zack. Die brauchen wir ja. Hier, ne? Hier, für diese Rüstung. Da brauchen wir 15. Und das Ganze, irgendwie um die 300 brauche ich. Aber wie gesagt, ich brauche für jedes eine Polsterung. Das sind 15 Polsterungen. Die brauchen jeweils 40 dickes, verstärktes Leder. Das wird schon krass, ne? So, was hat er denn noch, was ich ihm mal abnehmen kann? Er hat eigentlich noch das Rad der Schmerzen. Die drei Dinger und die Nashornhaut. Die kann ich auch mal mitnehmen. Ja, die nehme ich mal ab. Dann hat er noch Essen. Wie lange brauchst du jetzt ernsthaft noch? Echt, ekelhaft lange. So, in Batu gucke ich dann zur nächsten Folge mal nach. Wie es dem so geht. Wie weit der so ist. Hier ist keine Nashornhaut. Hier auch nicht. Die packe ich dann hier wohl mit rein, ne? Habe ich hier Nashornhaut? Ne, hier. Beim Gerbertisch. Katzenfell. Bärenfell. Wollsfell. Kommt. Katzenfell kann ich dabei hauen. Die Nashornhaut. Ja, jetzt habe ich Knochen. Wo habe ich die denn jetzt weg? Ich weiß, dass dort auch immer alle nicht, ne? So. So, hier. Das kann auch hierbei. Da haben wir dann 25 davon. Dann habe ich... Hier noch gekochtes Fleisch, ne? Exquisiter Natur. So, ähm... Ach, hier. Dings haben wir auch schon so viel, ne? Wettstatt mal hier mit. Machst halt noch ein bisschen Öl draus, da. Naja, ein bisschen Wunstigkeit. Ja, ist auch okay. Ähm... Dann wollen wir noch eben den mächtigen Möwen machen. Mächtigen... Lächtigen Möwen machen, ne? Ich brauche... Hier. Magisches Begleiterfutter. Dafür bräuchte ich eine Schleimsuppe, Gelblodus, Blüten. Kein Thema, kein Thema. Gelblodus, Blüten, Schleimsuppe. Ich habe keine Schleimsuppe mehr. Oh mein Gott. Ach, Jung. Hier müsste doch noch ein bisschen was drin sein, ne? Ja, kommen immer 20 da raus. Ich glaube, ich brauche eh nur eine. So, dann machen wir das noch schnell. Schwupp, 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 schwupp. Jetzt habe ich 21. Naja, egal. Äh, magisches Begleiterfutter herstellen. Ja, geht relativ schnell. Was habe ich noch so auf Tasche? Ein paar Knochen. Hier die Sturzszene wollte ich noch irgendwo reinräumen. Ich brauche nochmal einen neuen Schrank, ne? Weil der hier ist auch bald wieder voll. So, da kann ich... Der hat repariert. Entschuldigung. Die Arbeit ist jetzt 2 Uhr nachts gleich. Dann darf man auch mal gähnen. So, hier. Den will ich auch reparieren. Dann haben wir nächstes Mal wenigstens genügend Licht wieder mit. Trinken ist immer gut. So, die Knochenkanten... Nee, die kommen in den anderen Schrank, ne? Hier. So. Ach Gott, passt nicht mehr. Weil ich habe schon tausend. Ja, wenn ich so viele Knochen habe, dann kommen die hier wieder rein. Dann macht es ja keinen Sinn. Dass ich die noch weiter aufbewahre. Wie sieht es nie aus? Hier ist auch Kohle durch. Ich muss mal wieder Kohle farben. Hier brauche ich auch... Hä? Wieso ist das aus? Ich habe das letzte Mal lang gemacht. Leute, Leute, Leute. Naja, Kohle ist noch da. Aber wir müssen trotzdem mal was farben. So, der mächtige Möwe. Wie sieht es hier aus? Haben wir irgendwas? Haben wir was schnell erledigen können? Nee. Nee, 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 nee. Aber nicht. Hier magisches Begleiterfutter. Und den mächtigen Möwen, ne? Den lächtigen Möwen. Ich habe immer mächtig Möse im Kopf, deswegen... Gucken, dass ich wirklich alles habe. Nicht, dass ich jemanden falsch mache. Mächtiger Möwe. Mächtiger Möwe. Und das belgische Futter. So, komm mal her. Habe ich den jetzt? Nein, hat er nicht. Nimm den doch mal. Junge. So, das dauert ja auch noch ein bisschen. Müssen wir den verwandelt haben, ne? Herstellen. So, in der Zeit hole ich mir dann... Ach nee, das Begleiterfutter hatte ich schon. Und sonst ist nichts fertig. Warten wir noch eben auf den Löwen. Den Sattel baue ich dem die Tage auch noch. Aber das machen wir heute nicht mehr. Heute reicht es, ne? So, haben wir fertig. Yeah. Yo. Oh, der sieht geil aus. Der sieht geil aus, ne? Yo, mit seinen blauen Augen. Richtig nice, ne? Richtig nice. So, au ja. Hier, feiner Screenshot. Ja, wie nennen wir den? Den schönen Löwen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Bisher. Weißt du, schau dich. Einen mächtigen Namen braucht der, ne? Alles klar. Dann hoffe ich, wenn die Folge heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weiter geht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.